Ich glaube nicht, dass ich das tue. Folge 7 müsste das sein. Ich will hier gar kein Let's Play draus machen. Ich wollte eigentlich nur ein Anfänger-Tutorial machen. Wir sind hier übrigens noch dabei, alles sauber zu machen, damit ich mir die Pakus holen kann. Aber das ist das Problem, wenn man mit Uni einmal angefangen hat. Zeit? Zeit gibt es nicht bei Uni. Die läuft einfach davon. Uff, erntebereit. Ja, ich weiß, dass ihr erntebereit seid. Ich werde das hier auch gerade absagen, damit ihr älter ernten könnt. Denn die 6er-Stellung, ihr seht es, die war in ein paar Punkten produktiv wie kontraproduktiv. Normalerweise sind es ja Dinge, und das ist 5er. Okay, wenn ihr jetzt 5er-Aufgaben macht, das ist schon... Ah, die Nahrung ist voll. Das ist euer Problem. Zu viel Nahrung. Ha, sagte er. Etwas mehr, was ich... First-World-Problems, ich weiß. Ein Stück übernehmen. Passen hier keine Tiere-Eier rein? So. Geben den Jungs mal kurz ein bisschen Entspannung, die üblichen Aufgaben zu machen, wie sie sonst machen. Bevor wir, ihr wisst schon, das hier wieder machen. Jetzt holt ihr den ganzen Scheiß endlich hoch, ich will die Pakkus nehmen. Es ist doch nur noch der Block. Ich glaube, wir haben es. Nein, ich so, jetzt können wir auch mal endlich die Pakkus nehmen. Jetzt können wir uns das mal anschauen, was die Pakkus Lustiges machen. Denn die suchen sich automatisch immer im Weg zum Wasser. So, hier. Da kommt ein Haufen Pakkus und die dürften jetzt alle nach rechts rum. Zack, 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 zack. Ihr wollt nach rechts. Ihr wollt nach rechts. Ja, ihr riecht das Wasser. Wasser. Das ist auch Nahrung. Los, Pakkus. Und da springen sie. In die Freiheit. So schön, ne? Jetzt könnt ihr wild unglücklich sein. Wild unglücklich. Was mache ich mit den Slicks da, ja? Habe ich schon einen Cracker? Habe ich nicht, aber... Möchte ich hier rein? Ich meine, hier sind auch Eier, oder? Ja, fucker dich. Oh, die ins Wasser. Wenn die schlüpfen können, die da raus. Ja, machen wir so. Okay, die werden auch gewischt. Nehmt alles. Alles, was nicht nid- und nagelfest ist, wird jetzt gewischt. Irgendwann habe ich hier auch den ganzen Kram mal... Ihr seht das ja. Dem Buffet gegeben sollen sie mal machen. Das heißt, wir geben Gummi. Ja. Und... Was sollte der nächste Plan sein? Was haben wir gesagt? Hier haben wir eine Produktion dafür. Forschung. Wie sieht es denn mit der Forschung aus? Was wären denn die nächstbesten Schritte? Notification-System. Nö. Pharmazie brauche ich nicht. Einige brauche ich nicht. Auch nicht. Solierte Gasleitungen und Drucksensoren mit so einem Atmosensoren. Oh ja, die brauche ich auf jeden Fall. Und danach könnten wir vielleicht ein bisschen mit Deko anfangen. Ich glaube, hier brauche ich noch nicht. Ne. Ne, ne, ne. Ja, wir fangen damit an. Und... Metallziegel. Ja, ja, doch, doch. Dann sollten wir dann nachher mal so in die Richtung gehen. Alles klar, eins an den anderen. So, also. Noch läuft meine komplette Produktion auf Algen. Ich tatsächlich auch jetzt gerade mal wieder schauen sollte, dass ich das Ding zum Laufen kriege. Das lassen wir stehen, dass wir hier graben können. Zwei Felder kommen die weit. Danach ziehen wir die Mauer runter und alles, was Algen ist, geht erstmal runter. Da können die rüberspringen. Genau. Hier wird geforscht. Algen. Alles, was gerade an Algen ist, nehme ich schon mal mit. Und je mehr ich da liegen habe, umso besser. Dann weiß ich nämlich, was mich erwartet. Hier ist... Oh Gott, das ist... Das ist ja Algenhausen, Mensch. Wann ist das denn passiert? Wann ist das passiert, dass hier Algenhausen entstanden ist, Leute? Das ist ein Sauerstoff. Nämlich denn Sauerstoff? Mann, hier ist Chlorgas. Aber eigentlich reichen die Felder für... So eine leichte Schicht Chlorgas ist jetzt nichts Schlimmes. Das hält mir die Schicht zwischen Kohlenstoffdioxid und Sauerstoff genau dazwischen. Und die ist dann keimarm. Das ist jetzt nicht doof. Das kann man mal machen. So wichtig ist es nur, dass hier unten keine Algen drin landen, weil die werden weggesnackt. Ach, hier, guck mal. Ich hoffe, ich sammle noch mit 5 ein. Ja, tue ich sehr schön. Weil mit 6 wäre... Nachteilhaft. So, wisst ihr was? Geh jetzt mal hier... Nicht gerade gehen. Komm, wir gehen gerade. Ich habe auch keinen Bock, dass die Füße hier die ganze Zeit nass sind. Sehr schön. Ich sehe, wir verstehen uns. Ich mag es, wenn die DUPs so schnell arbeiten. Ach, ein Traum. So, mach mal gleich weg hier. Können wir hier auch gleich die Wand runterziehen. Ist hier gleich noch eine Prio-Wischerei. Hier kann das auch noch weggemacht werden. Ach, Räubchen. Zack. Hier ist nachher Wasser. Das kann mir jetzt übrigens auch gestohlen bleiben. Ja. Kann sich verteilen. Das wird angestochen. Hier unten bleibt das Level gleich. Hier ist Kohlenstoffdioxid, was sich dann gleich noch weiter nach rechts verteilt. Also wir schaffen jetzt so nach und nach Platz. Damit wir hier in der Basis auch arbeiten können. Zur Info. Wenn ihr anfangt abzureißen. Ein DUP kann von der Stelle, von der es immer zwei Felder ab. Das heißt, wenn ihr hier zwischen alles sauber haben wollt, müsst ihr einen Viererblock machen. Genauso wie hier auch. Eins, zwei, drei, vier. Also das wäre der optimale Bereich, in dem ihr nachher ein DUP sagt, reiß ab. Das ist die perfekte Höhe. Nur so für die Leute, die es noch nicht wussten. Viererfelder optimal. Da geht richtig was. So, und das könnt ihr durchziehen. Also wirklich. Durchziehen. So. Mach ich erst mal zu, ne? Weil. Muss gemacht werden. Wir haben Baubefehle, dass wir nachher den Ground hier abreißen. Hier oben möchte ich noch ein bisschen lassen. Dass der Hedgling hier rumlaufen kann und mir Kohle produziert. Entschuldigung. Ist for free. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Falls noch. Tut mir leid. Das selbstgemachte Chili meinte, um mitreden zu müssen. Ist hier irgendwie in der Wand was Besonderes? Ah, ihr seid scharf auf die Algen. Da kommt ihr aber nicht dran, weil ihr zu doof seid. Sehr schön. Okay, Paco ist alle in ein Place, weil zu dumm. Ach, sehr schön. Wie sieht es hier aus? Läuft, ne? Mein Wasser ist hier immer noch. Schön angestaut. Wasserprobleme sind erstmal nicht da. Noch nicht. Die werden noch von alleine entstehen, sobald wir auf Hydrolyse gehen. Da habe ich übrigens sehr gutes Video. Müsst ihr mal schauen bei mir in der Playlisten. Sauerstoffproduktion. Einfach dargestellt. Super praktisch. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Super kompakt und funktioniert einwandfrei. Also da könnt ihr wirklich ganze Batterien einmal an die Seite stellen oder wie auch immer ihr das machen wollt. Perfekt. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Ähm, so. Hier oben, was machen die? Nasse Füße? Achso, ja, weil sie das Ding einreißen. Ach, was ist das? Anstatt, dass er das hier oben mal entfernt, dass er hier sauber durch kann. Nun gut. Klubs und Logik eine Eigenschaft für sich. Nachbarn gerade. Ich dachte, vorn hat es geklingelt. So, ihr seht, die sind jetzt hier alle zugange und baunüte abkommen, reißen ab. Das ist ja letztendlich das, was ich wollte. Habe ich nicht aufgepasst, jetzt ist das Wasser runtergefallen. Da wischen wir doch gleich eine Runde. Ich meine, hier unten ist auch nasse Füße, aber... Ey, das ist jetzt gerade mein geringstes Problem. Das Wasser kann ich nunfalls nachher immer noch runterschubsen. Ähm, hier ist der Propfen gefangen. Daher alles gut. Ähm, die einzelnen Stellen, die ich noch habe, nehme ich hier mit. Damit es mir dann nicht so auf Nüsse geht. Hier haben wir noch genug Wasser. Forschen sollten wir auch weiterhin. Ähm, wir nehmen... Wir gehen richtig Plastikfertigung. Also noch nicht, weil wir das brauchen, aber... Ähm, die Generatoren sind super wichtig. Gerade der Erdgasgenerator und so. Und Plastikpresse können wir eigentlich auch gleich direkt mitnehmen. Ähm... Also ich habe Forschung schon weiter, als ich eigentlich brauche, aber... Das schadet nicht. Deko könnten wir auch schon mitnehmen, ne? Damit wir schon mal gleich das abhaken. Deko habe ich euch schon erklärt, super wichtig. Damit euch die Nymphen... Oh, nice. Ähm... Damit das gleich passend mitgenommen wird, ne? Weil... Stress wird irgendwann kommen, Leute. Der Stress wird irgendwann kommen. Irgendwann hat er euch... Alter. So. Einmal Abriss. Kommando Abriss. Außer... Außer du. Du wirst später einmal... Da gestoppt, dass das Wasser immer abläuft. Ich gebe dem Wasser jetzt gerade noch mal ein bisschen Möglichkeiten, sich zu entspannen. Dass ich hier noch ein bisschen was reinkriege. Also hier nehme ich die weg, dass die noch fallen können. Und hier... Denn das wird jetzt ja los. Warum hast du den jetzt... Warum tust du das? Das ist ein Problem. Pflanz den bitte wieder. Machen wir eine Deko. Keine Ahnung, was der hatte. Wahrscheinlich ein Witzig. So. Ja, hier läuft alles. Ist unter Kontrolle. Strom ist alles noch gut gegeben. Wir haben 17 Tonnen Kohle. Zwischendurch ein bisschen Kohle kann ich hier noch abbauen. Habe ich ein ganzes Gebiet noch. Hier oben wird ein bisschen produziert durch die Hedge-Schlinge. Hier war auch noch irgendwo einer. Der futtert nach und nach was weg. Scheiß mehr Kohle. Wir könnten Hedge-Schlinge schon fangen und Ranchen anfangen. Aber... Einzander. So. Auch hier den Swap-Befehl. Damit sie hier erstmal wegmachen. Habe ich keine Lust, dass das nachher hier alles rumfliegt. Also je eher, desto besser. Immer ruhig die Befehle geben, dass ihr das hier alles aufsammeln. Denn ihr seht, wenn sie dann auf vier gehen, machen sie die beiden voll. Und die kann ich mir halt immer noch wunderbar, wie schon gesagt, auslagern, indem ich einmal leere und dann wieder ein Sommer-Buffet gebe und was hier unten liegt sage, alles hier rein. Das sind auch die Hedge-Schlinger, ja? Winziges Baby. Der ist tatsächlich glücklich. Ich weiß gar nicht, warum der nicht nach oben geht. Ich glaube, der schläft im Wasser. Aber er macht... Er müsste das so hübsch machen. Naja, also gut, gegen so viele Sachen auf einmal kann man auch nichts hübsch machen, aber... Ja, er macht es. Ein wenig hübscher. Ja, Nahrung läuft. Das Ganze lassen wir hier noch ein Kohlenstoffdioxid, ne? Da haben wir den Speicher noch für. Alles gut. Hier ist Kohle drin. Die Pakus versuchen immer noch, die Algen rauszuziehen. Das ist jetzt eigentlich echt ein guter Start, um die Aushüllung der Zone wirklich zu bilden. Und zu sagen, so, pass auf. Hier wird jetzt nach und nach, wir zonen, wir holen uns den Platz, um nachher neue Strukturen zu setzen. Wie gesagt, Wasserstoff, Stromproduktion wäre ganz nice. Wir müssen sicherstellen, dass der Wasserstoff muss aufgefangen werden und Strom umgewandelt werden. Das hier muss weiterlaufen. Wir müssen eine permanente Wasserproduktion haben. Wobei momentan am Wasser bisher alles in Ordnung ist. Da wir hier noch genug Reservoir haben. Und ich aktuell mein Schmutzwasser, was ich benutze, filter und es auch hier aufsammeln in sauberem Wasser. Und nachher das Schmutzwasser hier, also so, dass ich immer genug Puffer habe. Weil es wird halt mehr Wasser dazukommen. Wird dann auch noch lustig. Der brückt auf jeden Fall immer hier rein. Das heißt, den werde ich nachher wahrscheinlich später woanders hin tun. Aber für die erste Sache, jetzt ist das passiert wieder. Die sammeln alle dieselbe Stelle ein und schmeißen da rein. Da müsst ihr aufpassen, wenn ihr einmal mit dem großen Swap rübergebt. Da seht man, die Jungs sind flassig zugange. Da kann man sich wirklich nicht beschweren, ne? Fast glücklich. Hier oben ja, wie gesagt, das Eckchen. Lass ich gerade mal noch so. Was ist denn das hier Granit, ne? Ja, komm. Der geht noch runter. Der geht noch runter, dann hat er hier oben seine eigene kleine Ecke oder schicken da unten zum... Das war auch eine Möglichkeit. Ich reise einfach ein und sage so, Junge, jetzt muss ich damit leben. Das ist halt die Sache, wie wir mit dem Hedgeling umgehen wollen, ne? Nöt sich schon. So, ja. Was mache ich hier? Temperaturtechnisch. Wo ziehe ich hier die Wall? Was habe ich denn hier? Chlorgas, ne? Heißt, ich sollte die Wall dann nachher hier besser hinziehen. Ja. Wo ich eigentlich das hier gerne hätte, ne? Nicht rein, sondern so frei machen, die beiden mir abdichten. Chlorgas geht mir nach unten fallen, ich weiß. Aber ich glaube, dass ich es auch schnell genug zu habe. Dass gar nicht so viel Chlorgas da durchkommt. Das geht. Genau das. Damit kann ich leben. So. Und dann geht das ganze Spielchen nämlich jetzt. Oh, das geht sogar. Das ist ein bisschen zu früh. Und dann können wir nachher hier noch ein Baubefehl geben. Und dann werden wir das nachher jetzt hier schon mal anfangen. Die wärmere Gebiete hiervon, obwohl ich sogar hier eigentlich noch höher könnte. Aber, oh, kommt euch das hier an Kohle, ne? Hm, ein Traum. Also die werden wir nicht ganz so machen, aber wir gehen nämlich schon mal in die Richtung. Da bauen wir bis dahin hoch. Aber das finde ich ganz geil. Warum ist nicht hier in den Bau? Naja, die müssen halt irgendwo mal hin, ne? Die müssen ja irgendwann mal dahin. Und hier werde ich jetzt peu à peu mich rankraben, dass die dann immer so gerade die Schräge nutzen können, um da ranzukommen. Mal schauen. Ich meine unreichbare Bausteine, oder muss ich dann noch, ne, ich muss die Leiter dann nach oben setzen, ne? Genau, dass sie von hier genau da ran können. Ja, das ist ein Trick in den anderen, seht ihr, ne? Jetzt machen wir das immer peu à peu. Also ihr könnt so was absiegeln, ihr braucht halt nur ein bisschen Zeit. Und dann geht der hier hin. Und jetzt kommt wieder hin, macht die Leiter, macht Dings. Das kann ich da weitermachen. Also ihr seht, oh, 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 da waren wir jetzt gerade ganz schnell mutig. Ja, ich weiß, das Chlorgas fällt nach unten. Ach, das wäre keine Sorgen jetzt. Na, wäre es ja fertig. Du bist ja fertig, alles klar. So. Und zack. Oh, 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 hallo? Hallo? Was ist das hier? Ah, jetzt ist zu. Wie gesagt, das bisschen Chlorgas fällt nach unten und ist hier in der Zwischenzone. Wobei, Zwischenzone, wir könnten ihn mal wieder kurz anstellen. Ihr seht, Kohlstoffdioxid hat sich hier schon wieder so langsam angesammelt. Ich muss ja echt mal den Bereich auch so langsam anbrechen, ne? Ja, kann nicht. Hier ist zu viel Kohlstoffdioxid. Das kann man ruhig schon mal hier mit rüber flitzen. Ich muss noch ein bisschen aufpassen, dass nicht, dass er anfängt, hier Sauerstoff zu ziehen. Aber so könnt ihr erstmal auf jeden Fall mit Kohlstoffdioxid umgehen. Wir haben wieder eine weitere Blaupause. Uh, nehm ich Eis? Na klar, nehm ich Eis. Das ist Wasser. Nehm ich Eis. Was ist mein mit Eis? Ob das wieder eng gesammelt? Ist mir egal. Eis droppig hier rein, soll es runterkühlen. Hahaha. Das ist egal. Das schmilzt mir dann mit Wasser. Wäu ich sowieso. Und das ist erstmal eine Gratiskühlung. Mit Eis könnt übrigens unheimlich gut kühlen am Anfang, ne? Wenn ihr erste Probleme habt, das ist kein Scherz, Skulpturen, äh, wo hab ich sie denn? Möbel, Eisblöcke, das ist kein Scherz. Die machen nicht nur die Gegend hübsch. Ihr habt irgendwo eine Hitzequelle am Anfang und wüsst nicht mit der Scheiße umzugehen, um sie runterzukühlen. Ein Tipp von mir, das ist wirklich ernst gemeinter Tipp. Ähm. Wo baue ich denn eine rein? Ähm. Mach ich hier. Das ist kein Scherz. Ein zweier Ding. Wir haben ja jetzt Eis. Müssten wir jetzt eigentlich noch einen breiter machen. Müssten wir noch einen breiter machen. Machen wir auch gleich. Ja, das Abriss-Mod ist immer noch Gold wert. Weil, ist auch wirklich nur zum Abreißen. Ach, die sind sonst so dumm und brauchen ewig für eine Leiter. So, und was machen die? Das Eis ist erstmal hier. Macht nicht nur schöne Deko, sondern... Jetzt kommt der größte Witze, das Ding kühlt erstmal. Und das braucht lange, aber es macht schöne Deko und es kühlt und ihr könnt, sobald hier auch nur ein bisschen Wasser drin ist, könnt ihr hier ewig erstmal drinsitzen. Ihr könnt erstmal ewig drinsitzen, Wasser rein, ihr könnt es sogar nachher aufwischen. Es ist gratis Kühlung. Es ist kein Scherz. Sobald da auch nur ein bisschen Floppen drin ist. Hier seht das Eis. Der schmilzt jetzt langsam runter. Minus 40 Grad und macht hier erstmal alles schön kalt. 27, 22, 26. Also, so eine Eiskühlung, die ist schon super praktisch. Nutzt es, wenn ihr sie habt. Wenn ihr das machen könnt, macht es. Ihr könnt nichts falsch daran machen. Und hier ist wieder ein ganzer Block. Einmal auch sammeln. Ah, apropos. Ah, hier kommt keiner ran. Ein bisschen aufpassen. Richtig. Auch wieder, was Linien ziehen angeht. So. Und. Ja, ist keine Vierer, ist egal. Die sollen da ja auch nur hinkommen. Ich will das ja abreißen. Ich will hier ein bisschen Zucht und Ordnung im Laden haben. So. Ihr seht, hier wird sowieso alles, was sie irgendwie kriegen, wird hier. Reingeschmissen. Ansonsten landet es hier drin. Und wenn die voll sind, gibt es denselben Befehl und gebe ihn wieder. So. Ja, die Eiskultur schmilzt vor sich hin. Kohlendstoffdioxid. Und das ist auch sehr schön. Wie sieht es hier aus? Ihr seht, so langsam kommt der Sauerstoff hier nämlich wieder runter. Aber ich habe ja das jetzt aufgemacht. Ich war diesmal etwas klüger. Zack. Dann erstmal auch der Kohlendstoffdioxid, der sich hier ansammelt. Geht jetzt langsam hier hin. Die Pumpe kann nicht laufen lassen. Euer Problem mit Kohlendstoffdioxid habt ihr jetzt erstmal behoben. Ihr könnt jetzt auch kühlen. Ich weiß gar nicht, wollt ihr da für ein separates Tutorial haben? Lasst mir mal eure Meinung da. Ich würde mich darüber freuen. Also einmal habe ich euch das gezeigt. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit, Kohlendstoffdioxid einfach in Kohlendstoff zu verwandeln. Einfach so hart runter zu kühlen, dass Kohlendstoffdioxid fest wird. Also auf minus 50 Grad umgeben, dann haben wir halt Kohlenstoffblöcke da unten. Das ist auch eine super Methode. Ja, und ihr seht, hier wird es jetzt nach und nach kalt. Eis braucht ein bisschen, bis es weggeschmolzen ist. Und es macht die Umgebung kühl. Das ist eine super Sache. Ich habe in einigen Basen so die ersten Stingen gekühlt. Ich habe da einfach so eine Ecke, so ein Ding gehabt und habe da Eis reingeschmissen. Wie gesagt, so ja, kühl mal. Zu kalt gibt es, zu kalt gibt es schon, aber, you know, also könnte jetzt richtig was gewinnen. Was machen wir denn hier noch? Müssten ja drüber hoppen können und das kann machen können, dann reiß ich hier noch eine Wand ein. Ich mag meine Dubs. Also ich mag das, wenn sie das tun, weil sie tun das, was ich will. Gute Jungs. Was steht das noch aus? Ja, ich weiß, ihr werdet wieder nass. Aber irgendwo ist immer was. Warum mache ich das? Damit ich das hier endlich mal machen kann. Damit das Wasser endlich dahin kommt, wo es hingehört. So. Aufwischen. Aufwischen. Und Ruhe. Sehr schön. Zack. Aria gekleert bis auf hier oben, aber da sollten. Lassen wir auch was müssen. So, hier auch dasselbe für euch. Einsammeln. Alles, was aufgesammelt wird, hier in den einen Block rein. So, hier haben wir das natürlich, was wir jetzt eben gesagt haben. Ähm, wir machen das relativ einfach, alle aus. Zack. Alles, was auf dem Boden liegt, mit dem Swap-Befehl. Und den Befehl, den ich hier habe, übernehme ich hier. Dasselbe mache ich hier. Und da rein. Und ganz wichtig, der Swap-Befehl. Weil, nur wenn aufgeräumt wird, geht der ganze Kram hier rein. Die haben eine Vierer-Piro, also die haben eine Fünfer-Piro. Das normale Aufraum hat eine Vierer-Piro. Das heißt, die werden jetzt hier nach und nach, könnt ihr euch das Ding, wenn ihr wolltet, auch, ähm, damit es noch schneller geht, hier hinstellen. Also, weil das wirklich der kürzeste Weg von allen ist. Also, könnt ihr jetzt sagen, alles klar, hier, Einstellung dahin. Und dann werden die halt auch noch mit zerlegt. Wie auch immer ihr das machen wollt, bleibt euch verlassen. Aber, wichtig ist nur, dass das hier alles in einem Fleck landet. Ich habe keine Lager-Logistik-Probleme. Alles wird aufgeräumt, die Dubs produzieren. Ja, ich glaube, damit solltet ihr anfangen, gemacht seid für euch, ne? Also, wenn ihr noch was wissen wollt, ob ihr noch was machen soll, ihr noch Wünsche habt, haut rein. Ihr gerne drauf zu brauchen. Barbecue. Ich habe so viel Essen, ne? Aber, es ist Barbecue. Fuck. Du kannst, du musst Barbecue nehmen. Oh, die Dubs sind so moralisiert danach. Ein Traum. Ja, Nahrung läuft. Ihr seht, Hunger, überstanden, Sauerstoff, Check. Und, apropos, check. Wie sieht sie unten aus? Ach, guck mal, wie viel Kohlstoff die ich jetzt hier noch rausziehen kann. Ein Träumchen sagt ihr noch. Ein Träumchen. Wollten so langsam auch mal. Aber es ist einfach, was das ist, damit das hier nicht mal sauber aufgrund geht. Ich glaube, ich habe hier auch noch nicht viel. Nächste Alarm. Das Wasser, was hier drin ist, schicke ich natürlich nachher hier runter. Wie mache ich das? Relativ simpel, ich mache das so. Die werden mir die Leiter legen. Ich öffne das, habe eine gerade Fläche, wo das Wasser erstmal ablaufen kann. Läuft hier runter, auch noch nicht mal über die Teils. Und, ähm, ich sorge einfach dafür, dass was nachher noch übrig bleibt, gewischt wird. Bringen die hier hin und es tropft hier rein. Daher alles gut. Die Batterie könnte ich nachher übrigens hier noch hinlegen. Die kleine bräuchte ich da oben auch nicht mehr. Aber es ist halt schon mal Strom drauf. Jetzt abzureißen, der Ah, nicht jetzt hier. Oh, nee. Ich schließe die ja noch mit an. Die wird noch zerlegt. Die sind gerade klein, bevor die große jetzt noch die Befürchtung gefüllt. Das heißt, ich nehme hier noch Leiterkabel, schließe sie unten noch mit an. Dann habe ich erstmal eine saubere Anlage, wo auch noch die Werbe produziert wird. Das geht weg. Das geht weg. Wie weit seid ihr hier? Seid dabei. Äh, die Batterie war hier noch. Ich brauche das Kupfer darum. Uh, hab noch ein Rad hier. Äh, doch das Rad lasse ich lieber angeschlossen, ne? Never know why. Erwin. Noch für alle Fälle. Bei 4er Prio. Aber Strom ist jetzt erstmal gegeben. Hier wird die Batterie angeschlossen. Ihr seht, hier wird alles gerade gemacht. Und, ja, die Dubs sind gerade zu Gange. Herzlich willkommen. Wir fangen jetzt mit der typische Part aushöhlen. Aushöhlen, Platz schaffen und für neue Bereiche. Das kann ich euch nur empfehlen. Ihr seht, die Probleme mit Kunststoffdioxid sind wir losgeworden. Wo ich den jetzt auch gerade tatsächlich mal wieder deaktivieren sollte, damit der mit dem vorhandenen Problem jetzt erstmal auch zurechtkommt. Wer hätte schlägt denn da oben hingekommen? Ach, das ist von oben runter gefallen wahrscheinlich, ne? Dann lasse ich ihm das hier gerade noch, damit er noch ein bisschen was zu Futter hat und mir vielleicht noch ein, zwei Kolibriketz dahin legt. Oh Gott, ich habe zerlegen geklickt, ne? Oh, ich grusel. Das ist gegeben, genau. So, ist auch alles fertig. Aufgaben, Bibi. Denn eigentlich wollte ich nur swim. Ich wollte aufsammeln, nicht abdrecken. Aber hey. Hier aufsammeln, das Wasser fällt hier gleich runter. Das kriege ich noch auf auf die Aufnahme. Schon wieder eine halbe Stunde weg, ne? Ich glaube, das ist echt die Hölle, was das angeht. Aber ihr seht, ihr könnt auch ein bisschen mehr sehen, worauf ich ihn auswählen. Was ich machen will, was der Plan ist, ich glaube. Das sollte euch helfen. Ich trage euch das hier an, hier. Dorgas. Hier machen wir die Decke noch dicht. Machen wir das von in drinnen nachher. Und dann kann ich hier noch eine Leiter rüberziehen. Wollen die Jungs mal machen. Baubefehle müssen sein. Das ist so super, ne? Und wir sind immer noch bei 6 Dubs. Wir haben noch nicht 500.000. Das heißt Sauerstoffproduktion. Hier läuft das Wasser runter. Alles im Griff. So witzig, wie sie da die ganze Zeit hinlaufen. Ich meine, ich weiß zwar nicht, was er hier macht, warum er eingesperrt ist, aber ich will das jetzt nicht abreißen. Nicht, dass die dann doch noch zum Algen fällt kommen. Ah, guck mal. Helden der Arbeit, das lasst ihr auch noch bestehen. Ja, hier müssen wir uns nachher dann irgendwas anderes überlegen. Da machen wir dann später ein Kohlenstoffdioxidfeld hier oben hin. Das machen wir aber, wenn wir umpumpen. Ja, hier wird es schön chillig. Nach und nach. Ihr seht, die Basis nimmt mehr Strukturen. Wir gehen von den Erdstrukturen weg. Reißen das Ganze ein und auf. Genauso wie es sein sollte gerade. Sehr schön. Oh, wir haben Henshling gefunden. So. Direkt damit. Wir kriegen eine Leiter nach unten. Hier gibt es so ein Sammelbefehl. Und damit sollte es das für heute gewesen sein. Doch noch nicht. Ich muss hier noch ein Rahmenbefehl machen. Moment. Dass wir ein bisschen Sand runtergefallen. Hier ist alles aufgesammelt. Wasser läuft auch raus. Da gibt es auch noch einmal ein Wischbefehl. Es ist genug Fläche da. Gibt er das hier auch. Also wenn noch mal was runterlaufen sollte hier, kann ich das hier nachher ein Befehl geben. Das läuft dann alles in den Pott hier. Ich habe Bock, dass die mir die ganze Zeit immer meckern, dass sie kalte Füße haben. Oh. Na, ihr seht, das Ganze, es wird. Die Menge nimmt zu. Hier oben haben wir immer noch ein Reservat, an dem wir nachher rangehen können. Hier sind schon die ersten Sachen wieder eingesammelt worden. Und wir haben, was tatsächlich jetzt nichts da ist, ich werde nicht mehr. Ja gut, die machen wir nachher Öl. Öl wird nachher hier oben drauf schwimmen. Ich glaube, die können nicht weg, die bleiben hängen. Warum nicht? Warum nicht? Das ist so schlimm. Zum Schluss kriege ich immer schon wieder. Die werde ich auf jeden Fall nehmen. Ich wollte es sagen, zum Kühlen. Eis. Wenn ich mich auf den Boden schmeißen und mit dem Pip danach auch reinsetzen lassen, erstmal, dann kostet mich der Spaß nichts. Und ich habe erstmal eine gratis Kühlung in der Base. Hm. Das ist schön, wie sie alles aufheben. Ja, ich würde sagen, das ist doch mal... Damit können wir nochmal arbeiten. Die Batterien sind miteinander verbunden. Eine Stromstelle. Verlieren die weniger Wärmeproduktion? Wie viel hältst du aus? 40.000 oder 20.000? Hm. Oh, Mann. Das ist gut schon. Leute, damit lasse ich euch. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Euer Sly. Ciao.